meine wohnung mein auto und mein clan moin leute was geht mein name ist youtube games com auf der sony playstation 4 vom zbc clan und ja zbc clan das ist nichts anderes als mein clan den ich jetzt benutze weil dies sind auf der weltrangliste auf platz 7 und los santos bengas habe ich ihn nicht genommen weil los santos bengas und bengas ist für mich absolute da gehe ich schon mal nicht rein ich habe einfach die crew 276 591 gewählt oder auch mit dem abkürzung zbc das ist ein cooler clan ja da bin ich oft schon reingejoint und die haben mich auch nicht gleich abgeballert nicht so wie die anderen clans los santos bengas wo man nur abgeknallt wird und ja zbc cooler clan muss ich euch auf jeden fall empfehlen könnt ihr natürlich auch beitreten wäre richtig cool zbc wir machen euch alle fertig wir sind die besten scharfschützen forever was auf zbc 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 irgendwelche fragen noch 99 was hast du gesagt gegen zbc komm her zbc clan respektiere ihn ja mein auto habe ich wieder ein bisschen aufgetunet ich habe nun endlich die limousinen scheiben reingepackt als nächstes natürlich werde ich natürlich hier anderen motor rein machen der motor gefällt mir überhaupt nicht viel zu langsam die karre und jo ja eigentlich wollte ich mal zu anderen mitspielern fahren was sie so machen was war das du hast meine karre geklaut ist ja schön für dich wo sind die ganzen anderen spieler zbc diga jetzt hat er natürlich ein kopfgeld auf mich ausgesetzt und 1000 kröten wir haben jetzt auch ein bisschen tag wir können jetzt hier mal ein bisschen mal alles ziehen dass santos bei weißer brach nicht so viel nebel ach scheiße mal was soll das moin moin wir den helik über bestimmt nicht im himmel holen so da kommen jetzt die bullen die annäherungsmine ist platziert wo sie denn hin frest sprengstoff zbc 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 so selbst gemacht selbstmord gemacht ja endlich habe ich meinen klagen gefunden der wirklich geil ist am anfang war ich noch im dna klan aber ihr wisst ja was ich von den youtube youtube halte so zbc bester klan ever grand theft auto 5 euro ich bin offen für eins gegen eins sniper oh man 1 gegen 1 gab es auch viele damals als ich machen call of duty let's place gemacht habe obwohl ich überhaupt nicht dieser pro gamer bin immer die leute ich mache 1 gegen 1 gegen quickscope was quickscope naja egal ist ja auch völlig egal was machen wir denn jetzt wir gucken uns mal hier ein bisschen um steigen wir in die karre rein ich habe hier schalldämpfer drauf ist natürlich wunderbar weil man hat natürlich viele vorteile durch schalldämpfer dass die bullen dich natürlich gleich entdecken so der hinten haut ab jetzt haben wir fast alle was alle leute sind hier drin die zbc sind auch die pussy haut ab moin moin so wir können mal ins kino gehen im online modus wenn ihr lust habt habt ihr überhaupt lust ins kino zu gehen na na moin moin hier ist youtube gamescom auf der sony playstation 4 ah fuck nein schnell ins kino bevor es zu spät ist so wo ist jetzt der eingang ins kino wo ist jetzt der eingang ins kino wo ist jetzt der eingang ins kino wo kann ich meinen passiv modus nicht aktivieren ach das ist ja blau blau was heißt denn blau blau heißt nichts anderes als psn freund oder kommt steigt drauf hier nur 1000 dollar dinge 1000 us dollar das ist in gta 5 ja da gta 5 b y gda 5 bay oder wie heißt das bei bay moin moin so ob sie hat viel zu lange aufgenommen hey ich sag auf jeden fall ciao bis zum nächsten mal heute bis zum auf das sony playstation 4 hier warte im in im in